Wie die Fingerabdruck sind, so. Schau mal, da ist ein roter Punkt. Guck mal. Ja. Du, vielleicht nimmt er schon auf. Abspielen können. Ist alles so kompliziert, Hubert. Jetzt ist der rote Punkt weg. Aber da müsste wenigstens eine Timeline sein. Ja, ja. Hallo Hartmut. Ja, wie kann ich das jetzt wieder ausmachen? Schau mal, der blinkt hier. Vielleicht filmt er schon die ganze Zeit. Aber das wird sicher ein guter Film. So, jetzt läuft's. Jetzt filmt er. Reicht doch. Muss nicht so mega scharf. Drei Chip. Drei Chip schnicki schnacki. 2800 mal 6500er Auflösung. So, jetzt. Nimm mal HT1 auf. HT2. HT2 ist ja. Jetzt dreck ich mal hier drauf. Ja. Kann ich mal was sagen. Ja. Test 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 Hubert, du bist der größte digitale Dilettant, den ich kenne. Digitale Dilettanten. Das ist ein schöner Titel. Digitale Dilettanten. Digitale Dilettanten. Ja, das ist die beste Band aller Zeiten.